Hallo zusammen, hier ist Dave Dolly in der Vorbereitung für den Fisherman's Friends Strong Run. Wir haben hier ein paar Tipps für euch. Fisherman's Friends Strong Run geht nicht geradeaus, es geht durchruf und durchab und darum im Hintergrund die Stäge nehmen wir gerade mit fürs Training richtig durchruf. Das ist ein paar Tipps für euch.